auch wieder eine ein zwischenraum freilassen ja und an den seiten schließen wieso das nehme ich mit den schwämmen weg hat jemand stein dann können wir keinen ofen bauen wir haben auch keine kohle dabei könntest du dann stein besorgen wurde bitte für einen ofen dass wir die schwemme trocknen können ich besorge jetzt sofort von woher stein man kann ja auch mit holz heizende stimmt ja aber ich habe kohle mit alles klar ach nee das hätte ich ja hier gar nicht machen müssen ist egal wir kriegen es ja wieder die dummen tintenfische hallo ich mach mal was was man mal nicht macht ich würde mich aber stumpf nach unten durch bis erde kommt schon mühselig ne sonnen dinger trocken zulegen das ist es hat man viel arbeit mit und es ist nachher am schluss sehr tief außen rum ist der 30 30 tief boah ja da hast du schon ganz schön was zu tun aber ich finde das ist die günstigste methode das macht mir am wenigsten angst ich habe stein ich komme wieder alles klar warum habe ich so schlechte frames was ist los hier und ich habe keinen sand mehr und ich habe auch keinen mehr wenn man mal das ist geschlossen ja ja dann können wir das ja mal versuchen bisschen trocken zu legen schub und schub das heißt das hier kann ich ja schon wieder abbauen genau schwuppdi und schwuppdi ja das kann man dann jetzt schon wieder abbauen wir würden wir auf 64 stück hast du jetzt mit mir gesprochen ok jetzt müssen wir können wir mal überlegen wo wir den ofen hinbauen geht für dich habe ich auch noch mal 60 habe ich gegeben wenn die ofen ist aber hier drauf jetzt aber hier dürfen naja die außenwand rutscht immer weiter nach außen die sandwand ja also müssen wir ein fundament finden ja ich dachte jetzt noch mal hier oben drauf auf der spitze von vom fix ja bauen wir das nicht ab ich habe keine ahnung was abbauen bauen wir die ganzen tabel ab weiß ich nicht nee oder aber wir brauchen die steine ich bin mir erstmal aus und dann gucken wir weiter und jetzt mal ganz innen wenn da alles raus ja ich bin erstmal hier was war das denn gerade das war ein sterbender tintenfisch ach so okay das hörte sich gerade total crazy an nein nein so so reichen drei öfen erstmal einer hätte gereicht die nassen schwämme bauen sich am besten mit einem mit einer axt ab mit einer axt ja ah ja ne der nimmt nichts mehr auf okay oh da muss ich ein steine gerichtet so tief unten im unter dem meeres spiel ja hier komme ich gar nicht hin so tief unten im unter dem meeres spiel hier und hier hier ja So, dann können wir ja mal wieder was Stein abbauen. Oh. Da ist Wasser drunter, ne? Ja. Du kannst dir Sand reinschmeißen, wenn du kannst. Vielleicht auch, ähm, da lassen sollen zum Rüberlaufen noch. Ups. Na, man muss unter Umständen sehr vorsichtig sein mit dem, was man abbaut und was man nicht abbaut. Oh, ja, ja, nein. Haben wir schon einen trockenen Schwamm hier. Warte mal, Steffi. Ja. Ach so. Soll ich das? Okay. Hier ist eine schwierige Stelle. Hier geht's in so eine Kammer rein. Würde ich mal sagen, hier ist schwierig. Aus. Nein. Das war die Außenmauer. Das ist böse. So. So, dann machen wir mal hier außen, hier verschen wir weiter jetzt hier mit, ähm, Außenmauer. Ja, dann nehmen wir mal hier eben so ein Dingern hier auseinander wachen. Geh auch mal hoch und mal helfe bei der Außenmauer weiter mit. Ich hab aber nicht viel Sand. Ich könnte so viel gegeben haben. Kannst du uns decken? Das ist irgendwo unten hingefallen. Ich weiß nicht wo. Hm. Hat jemand Schwämme? Nee, ich hab dir alles gegeben, was ich hatte. Dann sind die jetzt alle im Inneren verbaut. Dann müssen wir sehen, dass wir die wieder kriegen. Ist ja kein Problem. Wir haben ja Öfen. So. Einer fehlt noch. Hm. Wo ist denn der andere Schwamm? Nee, du warst du Sand. Alle. Ich hab keinen Sand mehr. Ich hab auch nur noch drei. Ich hab noch Sand. Ich hab hier grad die Schwämme im Ofen rein getan, ja. Sehr gut, sehr gut. Aber hier muss noch irgendwo ein Schwamm sein. Ich hatte hier ist einer. 16 Stück gehabt. Ja. Ich hab noch gehört. Ich hab noch ein Schwamm. Aua, aua, aua! Was kann man? Ich hab, äh... Ja, das kann von mir sein, weil ich war hier unten eingesperrt, hab einen Block weggemacht und, äh, da kam Sand auf mich drauf. Hab ich repariert. So, dann waren wir hier oben mal weiter Sand. Hier, hier an die Ecke hier. Anbauen. Hier brauchen wir noch um die Ecke einmal rum und dann können wir wieder hermachen, ja. Guck hier. Mhm. Ich hoffe, das hat noch genug Erde. Äh, Sand meine ich. Ich hab Sand, ja. Hoppala. Was, wenn wir nicht alles für den Kölner Dom machen, ey. Ja, ne? Na ja, du wolltest ja vielleicht sowieso so ein Tempel mal trockenlegen. Das stimmt. Aber ein bisschen was schaffen am Dom müssen wir auch, ne? Ja, dann gehen wir halt wieder zurück. So, jetzt haben wir hier. eine Riege. Hast du jetzt die trockenen Schwämme oben? Nee. Die müssten noch im Ofen sein. Ich kann nicht rankommen. So, jetzt. Ja, das ist das Problem. Ja, dann nimm sie mit und tue sie oben in die Ritze stopfen. Okidoki. Schwämme in die Ritze. So weit runter, wie du kannst. Gut, man kann ja wohl unter Wasser gehen. Fuck. Autsch. Ah. Woher kommt noch Wasser? Da kommt noch Wasser. So, ich hab... Ja, ne? So, Wasser ist weg. Bitte kann wieder gereinigt werden. So, ich hab jetzt auch kein... Sandmehl. Sag, aha! Sehen. So, das möchte ich hier aber noch gerade... machen. Warum das jetzt nicht? So... So... Ja? Du musst auch so machen hier. Guck mal. Tavi. Schaust du mir zu, was ich mache? Ja. Gut, dann guck mal jetzt genau zu. Oh, das war ich nicht so schnell. Wollen wir eine Kerze unterstellen? Zack. Okay. Tschüss! So, die Schwämme brauchen wir wieder. Die tun wir auch direkt wieder in den Ofen rein. Genau. So. Ach, keine Ketzen habe ich, nur Ketzen besorgen. So, ich habe hier gleich schon mal wieder eine Riege. Ohne. Ohne. Ohne, das ist ja auch Sand, ne? Ja, ich habe wieder Sand. Ich gucke mal hier, ich habe ja bald wieder eine Riege hier. Ich habe keinen Sand mehr. Hier hinten. So, ich lege hier unten mal ein bisschen trocken, ne? Ich muss aber auch hier... Ups, hast du unter den Sand gemacht? Okay, gut gemacht. Und hier vorne muss auch noch... Das hat nicht ganz gereicht. Genau, dann können wir das hier auch wieder trockenlegen. Genau. Ach, sieht das geil aus, ey. Boah, das muss ich voll gerade hier draufnehmen. Mit der Shader-Mod, das sieht... Boah. Ah, schön. Wie romantisch. So, ich habe noch Schwemme. Ich will trocken. Wo kommt das Wasser her? Hier, wo dieser dunkle Prismarin ist, da könnte auch die Kammer sein, die Zentrale. Die ist nämlich von dunklem Prismarin umschlossen. Echt? Ja, aber man weiß immer nicht ganz genau, wo die ist. Ach so, die ist nirgendwo... Die ist schon zentral, aber die ist nicht immer an der gleichen Stelle, glaube ich. Aber man weiß nicht, wie arm Sie nicht... Aber dann kann man sich... Sie lassen sich...